Leute was geht, wir zocken heute die Kastzombie Map Ihr werdet es gleich sehen Moon of Fui Das ist eine sehr geile Map Die kann ich auch alleine spielen, weil man hier nicht sterben kann Das ist so genial Bam, 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 bam Das Gute ist, wenn du hier stirbst, du respawnst, du glaub ich wieder Ich bin mir nicht sicher Auf jeden Fall die beste Map, wenn ihr mich fragt Weil es einfach nur episch ist Epic, Epic Map Pack Ziemlich geil Ich liebe diese Map Die ist so, das macht einfach nur Richtig Höllenspaß Die Leichenfliegen, wow Kommt aber auch nicht gerade wenige Es gibt ja auch keine Wellen Bam, 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 bam Ein RPG Wow Äh, ja lol Your Score Also du kannst hier den Score aufstellen Nochmal probieren Nochmal probieren Was ist denn das für ein schwules Lied? Das müsste von der Map kommen eigentlich Keine Playlist gerade an eigentlich Ja lol Fick dich doch Sterb doch einfach mal nicht Also die Map, die werde ich auch nochmal mit Also nicht alleine spielen Restart Ich finde die Map ist einfach nur richtig nice Kann man ja öfter mal probieren Ich wollte die Map einfach vorstellen, dass ihr die auch mal zockt Weil, ihr seht ja, das ist einfach nur eine geile Map Aber es ist sehr schwer, weil es keine Ich weiß gar nicht, ob es hier Perks gibt Gravity ist 80 Das ist schon eine relativ Äh, hohe Äh, niedrige, meine ich Sollten die nicht normal Waffen troppen Weg hier Ich habe keine Waffe mehr Ich brauche kein Geld, mir eine neue zu holen Ich rufe mich als suboptimal ein Was soll ich denn jetzt machen, Mann, ohne Waffe Oh, keine Granaten Ja, das überlebt man doch schnell mal Ist ja ganz einfach ohne Granaten und ohne Waffe Ist ja wirklich Boah, es sind ja auch gar nicht wenige Zombies hier Das kann man doch locker mal schaffen Ist doch wirklich kein Thema, Junge Alter Die Map ist nicht lustig Ja Ich kann nicht Neustart machen Jetzt wäre die Waffe gut Alter Ja, toll Ich muss mir die Waffe erstmal aufheben jetzt Ich mache das Ich hebe mir jetzt die Waffe auf Und dann schieße ich in die Menge Dann hoffe ich, dass ich genug Kriege Ich hoffe es zumindest Aber die Map werde ich mir im Hinterkopf behalten Die mag ich öfter mal Man wird ja auch besser Hoff ich Das war eben so eine Riesige an mir Ich glaube, hier können endlich Zombies spawnen Wuhu Ah, fuck Wua Red Trouble Uh, das war gerade echt knapp Da sind Drops gefallen Noch mehr Drops Da muss ich hin Ah Da muss ich hin Können wir hier noch Die ist gut Die ist besser Kann auch nur eine Waffe haben Weil halt Zombies Waffen troppen Boah Schon knapp gerade gewesen Wenn es hier wenigstens Jug gäbe Die Maps mit Perks, Alter Das wäre so genial Ich finde die ja schon ohne Perks Ziemlich geil, aber Kriegt ja auch ziemlich schnell Punkte Also mit Perks wäre die Map wirklich Invisible Junge Die ist ja schon ohne Perks Relativ invisible Ah Fuck Hinter mir Uhu Komm nochmal Einfach nochmal ein paar Runden dranhängen Restart Level Ich will mal noch ein paar Trails laufen Also die Map ist nicht einfach Das kann ich schon mal sagen Ist ganz cool gemacht Aber trotzdem Einfach ist sie nicht Es gibt Maps die einfacher sind So viel dazu Jump Die springen hier vom Himmel Das ist ja ein Mond hier Soll es zumindest sein Boah Ich wünsche man könnte hier Perks bekommen Wäre die Map so geil Desert Eagle ist auch nicht so Ich hoffe ich droppe gleich mal was Yeah Yeah Fuck no ammo Nichts getropped An die doch da hinten Alter das war grad nicht so hart Oh durch den Stein gejumped Boah Wo muss ich hin Wo muss ich jetzt hin Das war's das Sind wir hier Das sieht nicht schlecht aus Ja die nehme ich Die muss erstmal reichen Oh Uh das ist gar keine Das ist gar kein MP Boah ich dachte das wäre ein MP Junge Fuck ich dachte das wäre ein MP Okay Äh Jump Jump WTF AK Wat Hm, ganz logisch. Ich komme ja nicht an die Waffen dran. Mit Juggerwatt ist hier wirklich überhaupt kein Problem. Ah, renn, 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 renn. Das war gerade schon sehr kritisch. So, die müsste ich ja eigentlich jetzt holen, weil das wird nichts. Oh, Erdbeben. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Leute. Die kriege ich auch nicht mehr, die Twops da hinten. Suboptimal gelaufen, sag ich da nur. Das war jetzt nicht so ganz schlau. Das hab ich für eine Desert, Alter. Oh, fuck. Scheiße. Uh, 22.000. Kann man, denk ich mal, akzeptieren. War nicht so schlecht. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen Eindruck von der Map bekommen. Und denkt dran, die wird nochmal gezockt. Das war nicht das erste Mal. Bis dann.